Achso, da kommt noch einer. Keine Ahnung, wo muss ich hin? Ich glaube, ich muss hier so von der Dings gehen. Mensch, Andy, du bist... Ach stimmt, du bist drei. Ja, ja, schon gut. Ich hab nix gesagt. Was ist denn das hier? Sind die Karte anders jetzt hier? Oder war das schon immer so? Wieso? Kann ich gar nicht erinnern, da hätte ich so aussah. Lauf doch hier rüber. Statt. Oh, Gott. Ja. Ich muss mal den Gunner. Wer von euch hat Scheiß-MG? Geh hier ran. Vorwärts. Da, Kommandir. Sluscheu, Kommandir. Da, Kommandir. Da, Kommandir. Sluscheu, Kommandir. Machina, ne? Ja. Hier oben auch. Da, Kommandir. Da, Kommandir. Alter, der hat bald fertig hier. Hingemauert. Los, komm, zieh mir das hier hin. Komm, da. Da, Kommandir. Na, Kommandir. Da, Kommandir. Na, Kommandir. Ja, Kommandir. ich habe eine panzerbüchse okay aber ich bin nicht ganz in der mitte also kann man versuchen da hinzulaufen ich bringe mal ein t6 20 okay ein hat natürlich eher dabei wo er schießt daneben waren durchschlagen jawohl kommt da oben auf in infanterie jawohl hat ihn kann ich aufräumen da lag einer auf der insel partisan anna jonge da oben ist auch da und sauber so er kann hier auch 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 Bäh, ich hab keine Ahnung Oh Mist Oh, da kommt Puma Den Puma kriegen, Alter Los nach vorwärts Oh Leute Komm schon Du musst rumfahren damit Ja, der fährt vorne durch Jetzt schießt sich Mauer Ja, ich seh ihn schon Boah, was? Sackgesicht, Alter Okay, Tango, Tango Komm, komm Wir bringen mal Rotgardisten Jetzt hat hier keiner eine Granate Boah, die sollte nur Geh! Be shovel drauf Nein Jawoll Jawoll, der hat ihn rabisch gef mutual sieht ganz gut aus jawohl mit einer normalen Granat hab ich eine Tankkette zerstört sauber roten gehen und dann die Sandsäcke ok wo liegen die denn alle hier sind die dumm na j wie ist er denn ja 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 Ja, Kommandir! Ja, Kommandir! Ja, Kommandir! Pfff! 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 Geh, ich fache! Lushu, Kommandir! Ja, Kommandir! Ja, Kommandir! Ja, Kommandir! Oh, was war das? Fache, ich hab einen Puck! Ehhhhhh! Schönen Tag! Kacke! Ok! Pfff! Pfff! Ja, Kommandir! Pfff! 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 Oh, teilweise suche was hier los! Ah, ok! Pfff! 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 Kommt ihr jetzt hier in Wasser stellen und Scherzi? Mh! Dreh dich! Was ist dahinter? Da steht auch noch ein Pack! Kommt ein Luchs! Abstellen! Den hab ich gleich! Hast du den Luchs da? Gleich! Jawoll, Mutter beschädigt! Bring Mörser in die Mitte! Mauer ist aber hart! Ohoho! Ja, hab ich meine... meine Position verraten! Nein! Das 3! Ausführung, H! Pfff! So, wie sieht's aus, euch mal Attacke holen oder sowas? Ööööööööööööööööööööööööööööööö... Pfff! 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 Pff! Wenn ich jetzt einen Versucher hier hätte ich einen schon längst... Pfff! Ah ist ja Versucher! Pff! S 느chne, Kommandir! Ja, Kommandir! Gattop! Pff! 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 Oh, der... der Luchs fällt nicht gut. Wie hat er jetzt meinen Mörser überfährt? Oh, er hat einen KV. Schieß ihn ab. Oh, er fährt ihn einfach über. Oh, wieso schießt er denn nicht? Oh, jawohl, er hat ihn gestoppt, ey. Oh, nice. Oh, der reißt hier noch mehr eine. Oh, der war knapp. Mann, ey. Ja, er fahr nur alle Bäume über, wenn auch ja weiß, dass du da bist. Och, nö, ist er kaputt? Ey, mein Mörder ist doch kaputt, ey. Verstehst du nicht? Ausseh' jetzt meinen Scheiß. Schieß ihn ab, man. Entschlossen genug. Oh, man, ey. Mein Mörder, ey. Da war ja mal instant down, ey. Komm. Aber wir halten immer noch mehr. Oh, Gott. Er soll um den KV-1 rein. So, der KV-1 ist kaputt. Oh, er hat ihn bitte gleich wieder. Puh. Pack 40, der richtet sich jetzt auf die linke Seite aus. Er schieß gerade auf den Panzer. Pass auf. Siehst du ihn? Ja, ja, ey, ich fahr schon. Äh, warte mal. Okay, jetzt kommt der KV. Ich glaube, er soll den räumen. Okay, okay, was hole ich denn hier am besten? Hm. Jawohl, die nimmt er auch einen. Sehr gut, ich muss ihn nicht weiter. Boah, ja, da ist es. Oder brauchst du Linkshilfe? BT-7. Nee, ich kämpfe ja schon um seinen Punkt da hinten. Sehr gut. Ich brauche irgendwie Art oder sowas. Krieg ein T-74-Schi? BT-7 oder sowas. Werd jetzt. Oh, Alter, was machen die da, Alter? Wir legen. Warte mal. Ich wollte erst mal... Hm. Okay. Der halten wir. Oh, Jörg. Oh, wer ist schlecht ist da, Alter? Kommt nur ein 2-2-2. Oh, Jörg. Oh, ihr Domen, lauft doch weg. Was machen die denn da? Weiß ich auch nicht. Artillerie, ey, dringend. Diese 2-2-2, Alter, kann ich nicht wahr sein, ey. Oh, lol. Man, brennt, brennt er sich doch mal weg. Die sind so dicht. Mit dem Scheiß-Hügel. Dann ich mal eine PDR hier. Soll ich bringen jetzt gleich eine D1? Oh, ich bin die Scheiße. Wollte ich hinten erst mal alles weg. Half-Track rein da mit dir. Was war das? Da hinten ist alle. Was ist das da hinten? Na, Haus von G. Wahnsinn. Was nennen wir? Oh, da hinten ist eine Wespe. Oh, da hinten ist eine Wespe. Funker geht erledigt. Funker, 1,30 noch bis Raketen-T-70. Das ist erstmal die Crew der Pack. Er ist down. Dann hole ich gleich noch ein Raketen-T-70, wenn er soweit ist. Dann hole ich gleich noch ein Raketen-T-70, wenn er soweit ist. 1,30. Okay. Oh. Wie rein hier. Oh, das war ein Pack. Stell dir nach. Nein. Oh, zurück. Oh, zurück. Ich habe einen 2-2-2 geklaut. Ich habe einen 2-3-3-4-2-3-4-4-4-4-4-4-5-4-5-8-4-5-4-5-5-4-5-5-9-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5. auf Abschied zu passen. Oh Gott, mach er denn hier. Oh lol, das war okay. Das war taktisch. Kann ich nicht mehr sehen. Oder? Oh, die haben wir wieder. Okay, kannst du noch mal gegen den jemanden? Ja, warte mal. Meine ganzen Panzerfreund, sie sind nicht hier. Okay. Äh, warte mal. Der hat AC-Granaten dabei, ja. Mann, wieso leben die denn? Wie viel Infantrie da in der Mitte liegt. Das ist ja helle Wahnsinn. Stimmt, aber ich kann keine Basiker hier. Scheiße, kann ich noch mal her. Der kommt jetzt dahin, in die Mitte, quer der jetzt. Ja. Ich hab hier einen liegen. Im Gebüsch. Ah, scheiße, er zieht sich zurück. Da kommt doch noch ein Ding, eine Jot. 580 wollte ich jetzt. Ja, kommandier. Sluscheu, kommandier. Sluscheu, kommandier. Wahnsinn, Ling. Oh, was macht er denn? Was tun? Achter jetzt, jetzt oder nie. Gib ihm. Na die Haar. Ja. Kannst du noch fahren. Kann ich meinen Hügel überschießen. Ah, zurück. Da ist zu dicht dran. Wir ziehen zurück. Ja, der Hügel. Ja. Ich bringe Raketen T-70. Nein, wer ist er denn? Da hinten noch eine Jot. Von links muss ich ihn noch kriegen. Wenn man schießt hier, oh. Ja, da hinten müssen. Komm mal. Du riskierst hier nochmal. Boah, jetzt weiß ich nicht. Ich hole eine Mars-Production. Also Sturmgrenadiere eigentlich. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Ich weiß mal, Kapo 5.8 ist. Steigt doch ab. Boah, es geht nach links, alles. Ich halte mal meine Art-Therik. Ich halte hier rein. Ah, hau. Hau zu. Ich habe auch einen Kapo 5.8 lege. Boah, ich schicke. So, Art kommt in die Infanterie. Boah, ich habe hier noch einen. Viele Dings ich jetzt habe. Werde, ich bin wissen. Alter, schieß doch. Auf den da, hallo. Schieß doch einer mal. Der Luchs, ne. Ja, aber ich kann nichts machen. Ich habe mal Kapo 85. Ich habe sogar drei, aber... Keiner schießt. Keiner will auf ihn schießen, hallo. Boah, zieh das rein. Ja, rechnerlich. Boah, Alter, schieß ihn ab. Sitzt hier einfach drauf. Boah, fahre ich mal. Wenn ich alles selber steuern muss. Lassen sich hier noch eine von der Panzerbesatzung umhauen. Was geht denn da in der Mitte? Ja, hier, reparier die Kette. Zum viel Einheiten ist gar nicht gut. Kann man gar nicht alles steuern. Ja, auf jeden. Na, drehe ich mal. Da ist ein Tiger. In der Mitte. Hier ist ein F. Ich lache hier. Boah. War klar. Oh, Mann. Wenn die Artillerie für die Seite. Ich muss gerade in der Mitte aushelfen. Ah, ne, der Tiger ist dauernd. Okay. Okay, ich habe Artillerie. Ja, bei mir. Ich muss nochmal kurz ausrichten. Komm, geht rein. So.